update sport heute am 26 januar 2020 wir reden über die handball em ein versöhnlicher abschluss für deutschland bei der europameisterschaft im handball wir reden über die fußball bundesliga der 19 spieltag ist so gut wie durch zwei spiele fehlen ja noch die bekommt ihr aber dann noch mit und außerdem geht es auch noch um die league of legends europameisterschaft eins steht da nämlich fest sie wird nächstes jahr nicht in münchen stattfinden das alles jetzt und damit willkommen zur update sport am heutigen sonntag ja es ist viel passiert in dieser woche vorwiegend auch in sachen tennis nämlich australian open dazu kommen wir aber in einem kleinen bereich hier bei der tv update sport dass ihr später nämlich noch mit bekommt immer sonntags um 20 uhr gibt es die sportmeldungen der woche beziehungsweise die wichtigsten sportmeldungen aus dieser woche die dann halt nicht irgendwie zum wochenbeginn passiert sind sondern könnten auch an diesem wochenende passiert sein was aber jetzt im laufe dieser woche nämlich passiert ist es unter anderem nämlich die ausrichtung der lol em ja wir kommen zum sport nämlich die league of legends europameisterschaft wird im kommenden jahr nämlich stattfinden und münchen hat sich unter anderem als austragungsort beworben dass der raum bzw die halle die nämlich zur verfügung gestanden wäre wäre nämlich die olympia halle gewesen in münchen doch der stadtrat der landeshauptstadt in bayern hat das ganze abgelehnt ja denn der antrag der schon auch im dezember bereits diskutiert wurde ob eine bewerbung für die europameisterschaft in league of legends im nächsten jahr in frage käme ist nun vom tisch denn es ging unter anderem halt auch wie gesagt darum wie es nämlich auch finanziert werden sollte sprich um die miete an sich es war auch die große chance für münchen selbst für die bayerische landeshauptstadt den e-sport auch richtig anzuerkennen geradewegs weil wir wissen deutsche vereine beziehungsweise institutionen im bereich des sports des richtigen also nicht des elektronischen sondern des richtigen sports also sprich die usb zum beispiel sehen das ja immer wieder ein bisschen anders da in vorben da haben wir ja auch darüber berichtet und dennoch sollte eine kolpitierte 160.000 euro kosten für die veranstaltung in der olympia halle standen im raum in dieser woche genauer gesagt vor vier tagen am 22 januar hat der startrat darüber final abgestimmt und der antrag wurden von stimmen von csu fdp und der stadt und das stadtrat schmude abgelehnt hieß es in einem offiziellen beschlussprotokoll der veröffentlicht wurde die diskussionsgrundlage war unter anderem halt die miete für die europa für die olympia halle denn riot games verlangte eine unterstützungsleistung von insgesamt 400.000 euro vom freistaat bayern werden insgesamt nur 250.000 euro gekommen und der verlieben die verbliebenen 150.000 euro würden an den publisher zurückgehen und kämen als miete für den veranstaltungsort auch wieder zurück und die ursprüngliche deadline lief ja eigentlich schon für die bewerbung ab nämlich schon ende letzten jahres was auch richtig heftig gewesen ist und deswegen dass die demnach die abstimmung am 22 januar dann erfolgt wurde ist auch ein bisschen doof gewesen aber wohl ein plan gewesen dessen was dann nämlich noch geplant wurde also dennoch ein rückschritt geradewegs dafür um halt auch den e-sport nicht nur in deutschland so weiter anzuerkennen sondern auch in der bayerischen landeshauptstadt diskutiert gerne darüber in die kommentare über das ganze vorgehen dort und was es dann noch so geben wird kommen wir dann zum handball und zum versöhnlichen abschluss wenn ihr dieses video sieht steht auch schon der handball europameisterfest die news dazu gibt es auf der tv wir reden aber über das gestrige spiel mit deutscher beteiligung nämlich und zwar das spiel und platz fünf gab keine medaille denn was sollte man nach gold silber und bronze verleihen naja vielleicht eine olympia qualifikation die hat nämlich das dhb team zumindest nun im auge spricht das ziel tokio im sommer auch wenn jetzt bei der handball em in diesem jahr zumindest nicht alles so geklappt hat wie es klappen sollte dennoch platz fünf man gibt sich zufrieden gegen portugal hat das dhb team von christian pro copp mit 29 zu 27 gewonnen bester werfer wurde julius kühn mit insgesamt sechs treffern und bob hanning vizepräsident des dhb sagte noch vor dem spiel für uns geht es darum mit einem guten gefühl aus dem teft uns und aus dem turnier zu verabschieden und gegen portugal wäre es halt auch oder ist es halt auch nicht einfach gewesen oder wäre es halt auch nicht einfach und dennoch es wird nicht einfach aber wir geben werden alles geben auch eine niederlage bringt uns vor nicht von unserem weg ab ja das dhb team ließ auch körperlich mit robusten portugiesen auch keinen zweifel daran dass man unbedingt dieses spiel gewinnen wollte der in vielen abwehrschlachten bewährte kieler innenblock mit wieneg und pickeler aber auch der fehlte leider in allen allen ecken und enden die deckung organisierte stattdessen paul drucks und johannes goller doch auch die deutsche abwehr hatte mit einigen abstimmungsproblemen zu kämpfen gehabt und bekam vor allem das spiel der portugiesen portugiesen immer wieder durch den gefährlichen alexis borgas nicht so richtig in den griff im tor hat dann andreas wolf begonnen der zuletzt der halt auch seinen platz zwischen den zwischen den pfosten ja immer wieder an johannes bitter abgeben musste der weltmeister von 2007 und ja musste dann auch immer wieder dann von der von der bank aus immer wieder zu gucken gegen portugal aber hat sich wolf dann auch noch gesteigert geradewegs auch in seinem hundertsten länderspiel für deutschland und kam noch mal in eine gute form dennoch musste er dann in der schlussphase für bitter weichen der dann aber zumindest gute paraden für einen wenigstens ja sagen wir mal versöhnlichen abschied bei der europameisterschaft gebracht hatte ich habe schon zu anfang gesagt es geht ja auch noch unter anderem um die olympia teilnahme die jetzt im wm im raum steht nicht im weg steht sondern im raum steht im april soll es soweit sein dann spielt man nämlich gegen einen afrika qualifikanten aber auch gegen europäische nationen wie zum beispiel slowenien schweden und schweden und da muss deutschland eine der ersten beiden plätze belegen um überhaupt die chance zu bekommen bei den olympischen spielen in tokio mit dabei zu sein das wird nun der fokus sein wir werden darüber auch berichten selbstverständlich ja auch bei update sport aber auch auf der show tv und gleich geht es in die fußball bundesliga wir sind schnell heute durch mit den themen eine sehr kurz und kompakte ausgabe an diesem sonntag muss euch aber nicht wundern ihr mögt es ja kurz und kompakt deswegen gibt es jetzt hier ja die news der woche viel spaß von den weihnachtstagen kam die meldung dass die mediengruppe rtl deutschland wieder die rechte an die oefa europa league gekommen ist damals war davon die rede dass man mehr spiele im free tv zeigen wird doch nun wie das unternehmen dem medienmagazin dvdl bestätigt hat man sich neben der europa league auch die europa conference league gesichert der deal ist größer als bisher bekannt so hat die mediengruppe rtl auch die pay tv rechte für die europa league ab der saison 20 21 22 gesichert damit hat man das sohn ausgestochen die bisher diese rechte besitzt hatten das sohn wird sich nun voll und ganz auf die champions league konzentrieren die man von sky bekommen habe der streaming dienst der mediengruppe soll auch bei der europa league eine wichtige rolle spielen so sollen bei tv now alle attraktiven spiele gezeigt werden damit will man den streaming dienst aufwerten und hofft dadurch neue abonnenten zu bekommen wie die planungen für die europa league ab der saison 20 21 22 aussehen werden weiß man derzeit nicht unklar ist auch wie rtl alle spiele einbauen wird ob es eine konferenz geben wird wie bei the zone ist auch nicht bekannt man kann aber davon ausgehen dass rtl nicht alle spiele zeigen wird angeli kerber und alexander zverev sind bei den australien open ins achtelfinale eingezogen die beiden deutschen tennis stars haben ihre spiele in der dritten runde meistern können kerber die das turnier 2016 gewann hat gegen die italienerin camilla giorgi mit 6 zu 2 6 zu 7 und 6 zu 3 gewonnen und wird nun entweder auf die nummer 2 der weltrangliste karolina pilzkova aus tschechien oder auf die russin anastasia palitschewikova treffen auch alexander zverev hat es ins achtelfinale geschafft der deutsche gewann gegen den spanier fernando verdasko mit 6 zu 2 6 zu 2 und 6 zu 4 und wird nun auf den russen andrei rubeljev treffen der ehemalige uefa präsident michel platini ist nach dem ende seiner vierjährigen sperre wieder im fußball tätig der franzose wird bei der internationalen spieler gewerkschaft fifpro persönlicher berater von präsident piat der franzose schloss nicht aus dass platini sein nachfolger werden könnte der weltfußballverband fifa hatte 2015 seinen ex-präsidenten josef blatter und platini für acht jahre gesperrt später wurden die sperren auf sechs jahre reduziert der grund war eine zahlung von rund zwei millionen schweizer franken die er 2011 von blatter erhalten hatte nach angaben von blatter und platini handelte es sich aber um eine verspätete honorar zahlung für platinis arbeit bei der fifa zwischen den jahren 1998 bis 2002 der ausschuss des europameisters von 1984 wurde dann später auf vier jahre reduziert gleichzeitig gab er seinen rücktritt als uefa präsident bekannt diese sperre ist derweil wieder aufgehoben worden zuletzt hatte platini immer wieder angekündigt dass er in den fußball zurückkehren werde piat und platini kennen sich schon seit mehr als 40 jahre der aktuelle fifpro präsident ist noch für zwei jahre gewählt danach wolle er nicht mehr antreten ja hier ist back michelle platini der ex uefa präsident der auch irgendwie gefühlt ja blatt das nachfolger werden hätte werden können bei der fifa ist nun ja nicht mehr geworden ob er nur dann irgendwann für pro präsident wird in zwei jahren das wird sich noch zeigen je nachdem wenn man wieder nicht was gegen ihn vorzeigen hat er ist aber wieder da viel negative kritik vor allem gab es in dieser woche das haben wir auch auf social media bemerkt außerdem ja angelic kerber alexander zverev haben es nun ins achtelfinale der australien open geschafft mal schauen wie die nächsten spiele werden es sind ja nur noch die paar spieler die noch mit dabei sind große überraschungen ja halt auch dass zum beispiel titel verteidigen verteidigerin naomi osaka bei den frauen nicht mehr mit dabei ist bei den männern das alles wie immer muss man mal so sagen dann kommen wir zum medien und sportlichen bereich die europa league sowie die neu geschaffene europa conference league die ja quasi als arbeitstitel noch den namen europa league 2 er hatte werden von 2021 an von dem beginn dieser saison an bei rtl komplett zu sehen sein jeweils pay aber auch free tv rechte hat sich der kölner medienkonzern sich gesichert bedeutet dass der zone halt aus dem spiel ist so auch die neue conference league wie gesagt wo ja dann ein qualifikant der bundesliga mit dabei sein kann bei der europa league wird es ja dann so sein dass zwei bundesligisten mit dabei sein werden also die dies entweder nicht in die qualifikation zur champions league geschafft haben bzw ein fester europa league platz kann man mal so damit rechnen so viel dann zu den sport news aus dieser woche mehr gibt es natürlich auf der tv de und da gibt es auch ein bisschen transfermeldungen auch nächste woche noch wieder denn bis zum kommenden freitag ist das transferfenster noch geöffnet am freitag ist ja der 31 januar bedeutet letzter tag deadline day da empfehle ich gerne die kollegen von sky sport news hd da gibt es dann von 9 uhr an alle letzten meldungen bezüglich des transfermarktes wir werden da auch natürlich drauf blicken geplant ist wenn ich das zeitlich alles hinbekomme ein live ticker dann zumindest wir werden keinen live stream dort machen denn an diesem freitag findet auch noch ein anderes politisches event statt das kriegt ja aber dann entsprechend morgen früh auf unseren social media kanälen und im discord halt mit bezüglich des wochenplans kommen wir dann zur fußball bundesliga und schauen auf den 19 spieltag schauen auf ein bestimmtes spiel und zwar nämlich das zwischen dem fc bayern münchen und dem fc schalke 04 ja nachdem ja leipzig ja gepatzt hatte im nachmittagsspiel gegen eintracht frankfurt sind nun die bayern ja den leipziger nunmehr auf die pelle gerückt aber haben auch für schalke sagen wir mal weitere sorgen wieder mal gebracht geradewegs ist ja auch in der winterpause bekannt geworden dass alexander nübel die bisherige nummer eins bei den schalkern ja nach münchen wechseln wird ablösefrei im sommer viele fans würden sich halt auch wünschen dass er sofort gehen sollte weil es ja sagen wir mal ein paar aussichten oder sagen wir mal ein paar ähnlichkeiten hatte wie damals mit manuel neuer der ja heute bei den bayern im tor steht ja das war aber dann nicht geradewegs das wichtigste überhaupt in dem spiel sondern eher das spiel an sich und es ging gestern wie gesagt für den fc schalke nicht gut aus fünf zu null haben die schalker verloren beziehungsweise die bayern gewonnen die fünf tore kam unter anderem von robert lewandowski thomas müller leon goreczka tiago da silva oder von tiago und einmal von serg gnabry da gab es aber auch sehr sehr viele patzer und fehler von der von den bisherigen torhüter marcus schubert nämlich der ja für alexander nübel sitzt denn nübel oder im tor steht besser gesagt nicht setzt nübel ist ja selbst ja noch wegen eines wegen eines kung fu fights könnte man sagen aber bei einem spiel bei einem bundesliga spiel in der hinrunde ja gesperrt worden für vier spiele ist es war auch das letzte spiel ging wo auch nübel nämlich dann dabei sein wird so wird es nämlich so sein also ist es wohl so dass schalke wahrscheinlich nur auf platz 6 abrutschen wird also noch so in der europa komfortzone noch so ist also da muss man sich noch ein bisschen noch hinschauen nach der steilvorlage haben dann auch motivierte münchner das dann auch richtig schön dick ausgenutzt nach sechs minuten halt dann nach dem dicken patzer robert lewandowski doch auch der videobeweis kam zum einsatz geradewegs zwei tore von lewandowski aber auch von thomas müller nämlich haben dann eher dann dafür gesorgt dass es eher wohl eine abseitsstellung war anstatt ein tor zudem glänzte dann auch manchmal marcus schubert geradewegs zum halbzeit abpfiff bis zur halbzeit zur abwechslung einmal mit einem lewandowski kopfball also da robert lewandowski dann doch nicht immer zeigen können was er konnte die münchner ruten sich nach dem wechsel überhaupt nicht aus haben dann ihre führung entsprechend auch ausgebaut und haben die gästen dann wirklich in die von einer verlegenheit in die nächste gerutscht die tore fielen zwangsläufig und der erfolg hätte auch nicht noch höher ausfallen können an der bank klatschte fliegt dann freudig mit hassan salihamidzic dem sportdirektor ab der wahrscheinlich noch den einen oder anderen spieler noch im sack beziehungsweise im hut vielleicht sogar oder ein jackett je nachdem drin hat bis freitag ist ja noch das transferfenster offen und da wollen wir dann mal auf das abendspiel blicken vom gestrigen samstag am 19 spieltag hier haben wir das dann noch mal als ergebnis schalke verliert 0 zu 5 gegen den fc bayern münchen in münchen so viel dazu am nachmittag gestern also am samstag gab es auch spiele die schauen folgendermaßen aus glattbach gewinnt gegen mainz mit 3 zu 1 wolfsburg verliert noch gegen die härte aus berlin der erste sieg unter jürgen pienzmann mit 1 zu 2 frankfurt wie schon erwähnt gegen leipzig 2 zu 0 gewonnen freiburg verliert gegen paderborn mit 0 zu 2 und der erste erste union berlin gewinnt gegen den fc augsburg mit 2 zu 0 am freitag gab es dann wieder mal die harland gala mit dem ersten fc köln borussia dortmund gewann hier mit 5 zu 1 10 die ersten zehn tore in dieser rückrunde die borussia dortmund geschossen hat der titelkampf wird richtig spannend zwei spiele gibt es ja noch die bekommt ihr entsprechend oder die habt ihr schon entsprechend die ergebnisse in unseren social media kanälen schauen wir dann auf die tabelle mit einem spiel was zu dieser produktionszeit geradewegs gelaufen ist da werden wir aber nicht darauf eingehen wir schauen uns aber jetzt erst mal stand jetzt zu dieser aufzeichnung die tabelle nämlich an rb leipzig im moment noch auf platz 1 mit 40 punkten bayern nun mit einem punkt dahinter mit 39 punkten wiederum ist glattbach mit einem punkt weniger als beiden aber zwei punkte weniger als leipzig auf platz 3 dortmund sogar vier punkte weniger bzw drei punkte weniger als bayern auf der vier schalke jetzt aktuell im moment nur auf dem fünften platz leverkusen ist auf dem sechsten rang hoffenheim nun auf platz 7 mit 30 punkten stand jetzt freiburg auf der 8 mit 29 punkten frankfurt beruhigt sich ja so langsam wieder ist wieder auf dem weg richtung europa mit 24 punkten punktgleich aber auch mit wolfsburg die aber die schlechtere tor differenz haben union berlin durch den sieg gegen augsburg nun auf elf dahinter der fc augsburg punktgleich aber wegen der schlechteren tor differenz auf der 12 hertha nun raus aus dem tabellenkeller auf platz 13 köln rutscht leicht nach unten durch den durch die niederlage gegen dortmund auf mit 20 punkten auf platz 14 mainz nur noch auf dem 15 lang mit 18 punkten ein punkt dahinter ist schon der relegationsplatz wo sich aktuell werder bremen befindet die ja gespielt haben gegen die tsg 1899 hoffenheim da werden schon die infos dann haben da wird sich dann auch die tabelle entsprechend verändern mit 17 punkten paderborn nun auf platz 17 weil nämlich fortuna düsseldorf die etwas schlechtere tor differenz hat aber dennoch auf einem direkten abstiegsplatz sind ja das wird richtig spannend geradewegs oben vor allem so lange ist es schon lang es ist schon lange nicht mehr so spannend gewesen mal gucken ob sich das auch noch in den nächsten wochen wenn ich sogar noch bis zum ende dieser saison der rückrunde sich noch halten wird die rückrunde hat ja auch gerade erst angefangen als es ist noch alles möglich da werden wir gespannt sein nächste woche geht ja dann auch noch die zweite bundesliga wieder los direkt mit einer englischen woche um das auch noch mal kurz erwähnen zu dürfen damit sind wir auch durch mit update sport für den heutigen sonntag nächste woche gibt es auch noch eine ausgabe selbstverständlich dann wird nämlich über den super bowl geredet der heute in einer woche stattfindet er wird ja in der nacht von sonntag auf montag ja so sagen wir mal stattfinden klar das ist bekannt und ich kann schon mal darauf hinweisen dass heute in zwei wochen keine update sport sendung stattfinden wird die gründe sind ganz einfach in zwei wochen wird nämlich die oscars verliehen und ich bin bei einem livestream in der nacht zu gast beziehungsweise auch teil der orga und so weiter deswegen brauche ich viel schlaf beziehungsweise viel vorbereitung und da wird dann update sport nächste woche also die woche drauf also in zwei wochen dann nicht stattfinden nächste woche aber gibt es update sport um 20 uhr wie gewohnt hier auf der tv.de und auch auf youtube.com der tv stream aber auch nächster stream zum beispiel auf twitch gibt es am kommenden dienstagabend um 20 uhr und natürlich auch unseren kick auf stream die morning show dann am mittwoch morgen diesmal ja dazu entnimmt der bitte morgen früh ab ca 8 uhr auf facebook twitter und instagram instagram kann etwas später werden die information dazu da kann es aber auch noch vereinzelt änderungen kommen bitte beachtet sie und meckert später nicht rum denn das muss auch nicht sein was er aber trotzdem dann tut auch wenn ich um euch darum bitte was soll es so wie dann dazu dankeschön fürs zuschauen wie ihr wisst ihr kennt das gezellte solltet ihr neu sein abonniert gerne diesen youtube kanal und gibt dem video und daumen auf sonst würde ich mal sagen schönen wochenstart noch und bis nächste woche oder bis morgen je nachdem tschüss auf wiedersehen